Ich weiß, dass es schwer für dich ist. Du hast deinen Bruder verloren. Hast du den Kerl getötet, der das getan hat? Es ist komplizierter, als du denkst, Mutter. Da hat er noch ein anderer Mann mit Billys Tod zu tun. Wer? Irgend so im Kopf. Wäre es umgekehrt gewesen, hätte dein Bruder den Killer gekriegt, er hätte mir seinen Kopf serviert auf einem silbernen Teller! Zeit, den Teufel zu treffen. Die Damen schließen die Augen. Und bevor ich es sage, öffnet ihr sie auch nicht. Willst du kämpfen? Wie wenn es sie noch conspiracy? Ich bin schon draußen. Wie ist sie noch nicht? Wenn es weitergeht, wenn es nicht immer lässt, dann werden sie auch nicht. Wie ist es schon passiert? Wer ist das Element? Und wenn es jetzt nicht verraten ist? Wie ist es schon sehen? Wie ist denn da? Wie ist es geht? Wie ist es? Ich bin es schon mal. Willst du dich? Untertitelung des ZDF, 2020